Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir müssen hier jetzt auch irgendwie langsam weiter durch diese Höhle. Wir haben schon wieder Durst und Hunger und noch einen Schädel gefunden. Und das. Ach, noch eine Spraydose. Noch mehr Alkohol. Aber es sind schon ein bisschen viele. Oder warte, wir haben ja noch ein bisschen was an Holz. Und war da ein kleines, einfaches Feuer hier irgendwo. Oh, da machen wir uns eben ein Stück Fleisch drauf. Da finden wir hier auch noch genug. Komischerweise, warum auch immer. Ach so, das ist meine Axt. Schatten da. Dann müsst ihr auch jetzt... Ja, dann fertig. So, da haben wir wieder einen Stock. Noch einen, noch einen. Okay. Stocker haben wir genug. Kleine Steine haben wir auch genug. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist... Wo finden wir jetzt die Sachen, die es in dieser Höhle zu finden, geben soll? Noch einen Schädel. Ein Spielzeug. Das ist hier der Weg. Sind wir hier richtig? Wo sind wir genau? Ah. Hier geht es auch irgendwie hoch. Ah, ich weiß, wo wir sind. Den hatten wir schon mal gefunden. Ganz schön viele Arme haben wir hier. Uh, Geld, 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 Geld. Money, money, money. Ich bin reich. Wo sind wir jetzt? Genau. Ah, in dem Bereich der Höhle. Da hinten waren wir bisher noch gar nicht. Ah, das ist jetzt... Ich hoffe, das ist jetzt der Bereich, wo die ganzen Ausrüstungen und so sind. Geht aber auch ganz schön tief runter hier. Okay. Ja, die toten Babys wieder. Ja, wir sind wieder hier. Nochmal eine neue Klammer. Ah, die haben wir schon. Wieder rote Farbe. Nochmal einen Pinsel. Haben wir uns rot angemalt. Wir nehmen wieder die Axt. Die nehmen wir mit. Medizin haben wir auch mehr als genug. Da haben wir wieder die Axt. So, jetzt haben wir auch wieder... Habt ihr das gehört? So, wir trinken mal wieder was. Nochmal Pfeile. Und nochmal später. Boah, ist aber auch ein weiter Weg nach oben. Boah. Nochmal. Hm. so wir sind aber auch auf jeden Fall erstmal wieder einigermaßen gut gerüstet hier war das glaube ich wo es weiter ging oder ist das warte mal wir können doch was können wir da machen so und das ist jetzt eine Fackel das ist jetzt eine Fackel irgendwie sehe ich noch weniger gute Babys okay ich habe hier jetzt irgendwie Angst waren wir schon mal hier anscheinend ja okay okay so gefühl hier waren wir doch gar nicht hier sind aber wieder bänke ich habe gerade richtig schiss und hieran erinnere ich mich gar nicht noch mehr computer teile ok alkohol haben wir mehr als genug noch mehr snacks noch mehr medizin und noch mal so eine platine leibstoff können wir auf wir haben wieder hunger so ich habe auch gar nicht zu können was an patote baby's weinchen kurz gedacht ich hätte gehört müsste nicht hier irgendwie irgendwas sein das sieht aus wie ein ausgang da wir gehen eben kurz hoch gucken dann gehen wir wieder runter aber ich finde es echt komisch dass wir jetzt hier keinen einzigen ureinwohner begegnet sind in der höhle kann es sein wenn man die einmal getötet hat in der höhle es wollen die da nicht wieder und bleiben die weg ja hier ist ausgang wir sind jetzt an welcher am südlichen dorf okay dann gehen wir wieder rein jetzt ruckelt es wieder wir sind ja hier noch nicht fertig ok Wieder am Verdursten, ey. Unglaublich. Ja, wir gehen erstmal dann weiter, so laut dem Plan, erstmal ganz normal diese Höhle hier entlang und dann links irgendwann. Ja, hier irgendwo links müssen wir jetzt. Den Weg da hinten haben wir eigentlich im Grunde auch schon komplett erkundet oder nicht. Ja, von hier kamen wir, genau. Nur da hinten, not. Ihr müsst irgendwo auch weiter nach links gehen. Oh. Ist das der Weg? Ja. Kommt mir auch noch nicht vertraut vor, wenn das der Weg ist. Hm. Hier haben wir nochmal einen Ausgang. Wo genau sind wir jetzt hier? Oh. Ah, hier. Hier haben wir aber noch keine Signalflagge. Dann suchen wir uns eben ganz schnell eine. Bauen die hier auf. Und wechseln hier die Farbe ebenfalls auf blau. Blau sind bei uns Höhlen. So. Wo sind wir hier auf der Map dann? Ah. Ah, das... Okay. Dann müssen wir aber auf jeden Fall noch weiter hier nach links. Wo auch immer jetzt links ist. Hier sind wir hier auf. Aha, wir haben Links gefunden. Ich höre wieder was, der wohl mich da erschreckt. Jetzt habe ich richtig Schiss, weil ich wieder was höre. Wahrscheinlich hoffentlich auf der anderen Seite der Wände. Haben wir ein neues Glied? Nee, die waren wir aber auch schon mal. Okay. Okay. Was ist das? Die Geräusche gefallen mir gar nicht. Aber in dieser Höhle gibt es gar nichts. Ich glaube in dieser Höhle haben wir alle vor. Was ist das für einen Stopp? Was ist das für einen Stopp? Ja, jetzt ist mir auch noch kalt, natürlich. Aber wir müssen jetzt eben ganz schnell was essen. Oder geht es hier irgendwo noch weiter? Keine Ahnung. Aber wie es weiter geht, erfahrt ihr halt wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer MaxDeus und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020